jetzt habe ich mir immer gemütlich gemacht im heimkinoraum afrikaner und hier haben wir wirklich ein ganz besonderes schmankerl heimkinoraum afrikaner ist eigentlich so eine ja eine wohnraum installation kann man sagen aber mit einer ganz besonderen landwand mit einer rahmen landwand und das ist hier eine 4 meter 20 breite maskierbare rahmen landwand die horizontal maskiert wird das heißt ich kann die rechte und die linke seite verschmälern das ganze sieht folgendermaßen aus wir sehen jetzt gerade einen film casino real james bond das ist also hier perfekt maskiert wenn wir uns mal umschalten schauen wir uns mal ein exotisches bildformat an die kleopatra zum beispiel das stelle ich hier mal um wir sehen jetzt also hier ein bildformat das ist tot american optics kleopatra also schon eher ein exotisches format da gibt es nicht so viele filme und ich hoffe sie können sehen mit der kamera oben und unten steht jetzt das bild ein bisschen über die leitwand drüber ich muss also den projektor maskieren den die das lens memory verstellen und die leitwand maskieren so rum da kann man sehen in der höhe passt jetzt wieder und seitlich müssen wir jetzt die leitwand maskieren da gibt es auch ein paar dinge zu beachten denn wir haben zum beispiel gerade den james bond gesehen da steht hinten drauf 235 zu 1 in wirklichkeit ist es gar nicht so da wird also viel stehen viele fehlinformationen auf den blu-ray oder dvd hüllen hinten drauf wir aber im heimkinoraum wissen da schon worauf man achten muss damit man auch tatsächlich zum schluss die richtigen bildformate an der leitwand gespeichert hat denn man hat natürlich nicht unbegrenzt viele möglichkeiten man muss sich also schon auf je nach leitwand typ drei bis acht bildformate im vorfeld einigen jetzt kann man also schon sehen dass die ganzen filmformate breitbildformate wunderbar funktionieren mit so einer lösung wie sieht es aus mit der fernsehthematik 16 zu 9 ist auch kein problem wir haben jetzt hier gerade mal ein fußballspiel laufen und auch hier ganz komfortabel ist übrigens sony vw 1100 hier wenn wir auf knopfdruck das bild verkleinern so dass wieder die höhe stimmt und die breite kann man dann hier auch noch und eben auch leinwandseitig maskieren so können wir also auch die ganzen fernseh dinge sehr schön lösen mit so einer leinwand wenn wir jetzt also noch weiter zurück in die vergangenheit gehen wir an die ursprünge academy format also 4 zu 3 und sehen und sowas mal an dann können wir selbst so ein ja sehr schmales format wunderbar maskieren mit dieser leinwand drücken wir drauf ich denke man kann auch hat auch mit bessere vorstellung wenn ich immer daneben stehe wie schier groß diese vier meter 20 breite bildwand eigentlich ist ich sage es ja vorher schon wir haben eigentlich eine wohnzimmer installation hier um das noch ein bisschen zu optimieren haben wir hier rückseitig der leinwand alles schwarz gemacht mit dem mollton versehen jetzt ist also der pointe hier mal aus hier kann man sehr schön sehen in so einem wohnraum wo ja doch viel streuerlicht oft ist dass das weiß der leinwand alles andere als ein schwarzes also umso wichtiger in einem hellen wohnzimmer umso wichtiger dass ich eine schöne maskierung habe oder eine entsprechende leinwand die es mir ermöglicht den kontrast so hoch wie möglich zu halten jetzt ist es aber so eine rahmenleinwand die hat natürlich auch nachteile die ist ja jetzt hier in dem fall sogar ziemlich gewaltig und hängt natürlich permanent da ich kann die also nicht mal schnell wegfahren und dahinter ist dann mein schöner flachbildfernseher oder idealerweise habe ich einfach ein schönes bild aber auch dafür gibt es eine lösung denn die leinwand dieses spezielle modell hier verfügt über eine option möchte ich ihn gerne mal demonstrieren man kann hier also ein bild in die leinwand rein fahren also im rahmen fährt nun ein bild das sie selbst wählen können übrigens kann sich also dann passen zum raumdesign was schönes aussuchen es wird dann gedruckt sogar in dieser breite möglich und bei nicht benutzen verwandelt sich die leinwand in ein schönes passendes bild und um das ganze noch abzurunden ist das noch nicht alles kann man hier noch eine hintergrundbeleuchtung einbauen so wie man es hier sieht die man sogar dimmen kann das ganze ist sehr gleichmäßig also wirklich toll durchdacht nämlich hinter dem eigentlichen bildtuch ist ja so ein led tuch nenne ich jetzt mal da sind also led streifen wirklich in einem sehr geringen abstand also tausende von kleinen leds die dieses bild einfach sehr homogen und gleichmäßig hinterleuchten ohne dass es dann so flecken gibt also man sieht es ist sogar möglich eine perfekte rahmenleinwand schön in einen wohnraum zu integrieren dieses spezielle modell hier gibt es übrigens auch auf wunsch als vierfach maskierbare leinwand also nicht nur von rechts und links maskiert sondern auch von oben und unten ja und ich hoffe sie konnten jetzt mit diesem und den anderen videos über multiformat leinwinde schon mal so ein eindruck gewinnen wie kann man so was vielleicht zu hause realisieren wie funktioniert es überhaupt was steckt alles an technik dahinter sie sind an der stelle auch herzlich eingeladen uns mal hier im heimkinoraum zu besuchen denn wir haben natürlich diese lösungen alle hier auch aufgebaut zum anfassen zum anschauen und wirklich mal zu vergleichen wie sieht es denn überhaupt aus wie viel bringt so eine maskierung kann ich ihnen wirklich nur empfehlen schauen sie sich das einfach mal an man kann sich das gar nicht richtig vorstellen wenn man es nicht gesehen hat ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal auf wiedersehen